Und zack. Alter, sechs Kilo Steinköhler. Nicht schlecht, aber das ist genau nicht das, was wir haben wollen. Ich suche hier nach langer Zeit mal wieder die schönen, kleinen, feinen Sardinen. Und im Idealfall nehme ich auch noch die Heringe mit. Vor ein paar Tagen hatte der Snipes schon im Discord gepostet. Einen wunderprächtigen Spot hier, ganz entspannt am Nordmeer. Und hier laufen die kleinen Sardinen. Und dann waren wir auch schon die Tage im Livestream, waren wir hier auch schon wettangeln. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Es sind ein paar schöne Brocken reingegangen. Und jetzt, wo hier gerade Sonnenaufgang ist, also in der Nacht ist immer so ein bisschen Flaute. Jetzt hoffe ich doch, dass es wieder losgeht. Denn das Schöne ist, hier sind neben den Sardinen und den Steinköhlern immer wieder schöne Heringe. Heringe. Bam. Und wenn ich jetzt gucke in der letzten halben Stunde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Heringe. Und der größte 691 Gramm. Dann ist das doch schon mal ganz nice. Der war auf dem Lörker hier sogar. Auf dem Lörker 1002. Ja, Setup gucken wir uns gleich natürlich im Detail an. Und ich gucke als erstes natürlich nochmal, wo wir hier eigentlich sind. Denn ich will ja jetzt natürlich hier die ganze Zeit auch on spot sein. Damit man hier im Idealfall eben auch alles mitnimmt. Und ich warte jetzt noch ein bisschen ab. Denn wir haben jetzt gleich wieder sechs Uhr. Sechs Uhr bedeutet, also alle sechs Stunden Richtungswechsel. Jeder Steinköhler übrigens ist immer nice. Lieber einen Steinköhler als einen normalen Köhler. Denn die bringen richtig Cash. Also, sobald man natürlich eine Stelle findet mit Steinköhlern. Und man will vielleicht einfach nur Cash machen. Bam, 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 bam. Rausziehen den Dingers. Direkt nur auf den Köder gehen. Hier war es der Natural Shrimp. Na siehste. Vielleicht kann man den sogar nochmal in der Nummer größer wählen. Und dann kriegt man hier auch mit einem etwas größeren Setup vielleicht dann hier an der Stelle auch die großen Steinköhler raus. Aber die will ich ja nur partout gar nicht haben. Naja, ich nehme sie halt mit. Aber lieber, wie gesagt, die ganz winzig kleinen Sardinen. Und dafür muss ich auch gar nicht so tief, sondern ich brauche eigentlich nur so oft für 20 bis 15 Meter. Also relativ flach hier reingehen und ein bisschen mehr an der Oberfläche hier pilgen. Denn die Sardinen sind eben meist weiter oben und praktischerweise, wie gesagt, auch die Heringe immer wieder ein bisschen weiter oben angesiedelt. So, jetzt haben wir es gleich, wie gesagt, 6 Uhr. Jetzt müssen wir gerade nochmal eben gucken. Ja, ich bin schon mächtig weggetrieben, denn hier wollen wir eigentlich sein. Das hier ist der Place to be. Das Kreuz über der 41. Da wollen wir sein. Roundabout. Also hier in diesem Zirkus, in diesem Radius um die Mitte. Jetzt haben wir es ja gleich, wie gesagt, 6 Uhr. Das heißt, die Drift geht jetzt gleich wieder zurück. Das bedeutet, ich werde jetzt gleich hier hinfahren und dann drifte ich so langsam wahrscheinlich bis hier hin wieder zurück. Und dieser Bereich, das ist ziemlich gut. Also, jetzt erstmal, hoppala, Bremse wieder auf. Jetzt erstmal eben rausziehen hier. Vielleicht geht hier direkt nochmal eben was rein. Dann zubbel, zubbel und dann sofort zurückfahren an die gerade genannte Position. Und dann machen wir uns darauf gefasst, dass wir eben dann Stück für Stück zurückdriften. Das ist eben auch der beste Weg, eigentlich genau zu der Uhrzeit da zu sein. Ja, wo man dann quasi denkt, okay, von hier aus driftet man dann eben wieder zurück. Und dann nach den nächsten 6 Stunden geht es wieder in die andere Richtung und so weiter und so weiter. Also, mal eben gucken. Wir müssen ein bisschen drehen. Also, kurz anmachen hier das Ganze. So. Und dann fahren wir jetzt hier in die Richtung, richtig. Noch weiter einlenken. So, passt das. Noch ein bisschen. Und wir driften. So, jetzt reicht es, glaube ich. Stopp. Und hier werfe ich dann schon mal aus. Also, wir sind jetzt hier genau kurz davor. Und das heißt, wir driften jetzt immer noch weiter, wahrscheinlich bis hier hin. Und wenn das, oder war schon bis. Und wenn das dann vielleicht zu weit ist, dann zwischendurch noch mal ein bisschen korrigieren. Also, so rund um dieses Kreuz herum ist das zurzeit am sinnigsten. Wenn man ganz weit, das war ich vorhin schon, wenn man ganz weit hier drüben hinkommt, dann starten hier auf einmal deutlich mehr Makrelen. Ist ja auch nicht schlecht, nimmt man auch gerne mit. Und wie gesagt, in die andere Richtung kommen dann immer mehr Steinköhler. Auch nicht verkehrt. Nehmen wir natürlich auch alles mit. Also, wie gesagt, hier im Großen und Ganzen. Ja, hier waren, wie gesagt, zwischendurch ein paar Makrelen dabei. Aber auch immer wieder ganz, ganz, ganz viele Sardinen auch schon. Und die hätte ich halt irgendwann mal gerne. Europäische Sardine. Endlich mal als Trophy abhaken. Das wäre schon ganz nice. So, das heißt, ich bleibe jetzt hier wieder auf den 15. Gehe ganz normal leicht ins Pilken rein. Und gebe ihm. Ganz am Anfang hatte ich noch probiert mit etwas anderen Ködern. Und zwar mit weißen Shrimps. Bam. Die wollen wir. Und bin dann allerdings noch mal, ja, bin noch mal ins Discord. Hat mir das noch mal angeguckt. Und da hatte der Devilus das heute hier auch noch mal getestet an der Stelle. Und dann auch noch mal Feedback gegeben. Und meine, ja, alter, nächste Trophy abgehakt. Also, er hat die Sardine wieder gefangen. Und jetzt ist es eigentlich an mir gelegen, hier das Teil endlich mal abzuhaken. Wäre nicht so schlecht. Ich, ah, mega gut. Nehme ich alle gerne mit, ne? Fehlt mir auch noch. Ich nehme auch den atlantischen Hering mit als Trophy. Sensationell. Sensationell. Also, das ist halt richtig, richtig cool. Und Kohlemäßig ist das eben auch gut. Weil eben der Hering auch Cash-mäßig richtig, richtig was reinbringt. Also, der lohnt sich eben auch, dass man den beangelt. Ja, vom Setup her alles relativ klein natürlich. Nehmen wir den auch eben hier mit. Alles relativ klein. Und wir werfen mal direkt aus und einen Blick drauf. Ich bin hier tendenziell auf grün. Ich habe schon überlegt, ob ich hier vielleicht den Lurker noch mal ändere. Vielleicht teste ich das gleich noch mal aus. Dann ändere ich hier noch mal den Lurker. Auch komplett in grün. Und dann bin ich auch in Gänze, ja, ganz grün eingestellt. Vom Setup, den unteren Teil, gucken wir uns gleich noch mal an. Wenn nur der Lurker da ist, ja, dann, wie gesagt, auch ruhig mal einen ganz anderen Lurker testen. Weißt du was? Ich glaube, ich baue gleich einfach mal direkt um. Wenn wir doch schon mal gerade dabei sind, dann baue ich doch einfach mal um. Wobei mich ja der hier jetzt gerade, der dicke, fette Hering, wo war er? Mit 600 irgendwas Gramm. Na, wo ist er nur hin? Hier ist er. Der war auf dem Lurker. 100,02, ne? Und das ist eben der Weiße hier. Hm. Vielleicht doch noch. Aber da gibt es auch bestimmt auch noch andere. Oh, was ist das denn? Bisschen angieler. Hat so ein bisschen rumgezuppelt. Na. Na, guck, drei Kilo Steinkühler. So, einmal noch auswerfen. Dann ändere ich mal eben gleich den Lurker. Wo weit, wie weit sind wir hier? Jo, jetzt sind wir hier relativ mittig. Perfekt. Jo, ich glaube, ich muss gleich ein, zweimal noch korrigieren, dass wir nicht zu weit hier in die andere Richtung brettern. Dann, wie gesagt, wir wollen ja ungefähr auf diesem Kreuz bleiben. Dann hat man übrigens auch immer so einen richtig schönen Anhaltspunkt. So, komm. Ein schöner, feister, eine schöne feiste Sardine. Das wär's doch jetzt. Noch mal so eine schöne 100 Grammer Sardine. Zack. Na. Ein schöner Hering. Nimm ich alle mit. 220 Gramm sind 20 Silber. Das ist viel. Das ist verdammt, verdammt viel. Und das Ding auch hier wieder auf dem Shrimp. So, jetzt baue ich aber nochmal eben um. Und dann gehen wir auch auf das andere Setup ein. Ich war jetzt gerade hier mit 100 Gramm unterwegs. Das heißt, ich nehme hier... Uh, passt das? Ich nehme mal diesen hier. Den Bond 125. Den Zusatzhaken machen wir auch nur mal einen Dreier drauf. Und kriege ich noch ein Lockmittel dran. Benutzen. Ja. Gewicht sagt, okay, let's go. So, ich werfe aus und wir gucken unten rein. Denn da sieht es so aus. Alles hier entweder mit grüner Perle oder fluoreszierende Perle. Und komplett eben 7,5er der Natural Shrimp Zero Eight. Der läuft. Und wenn ich mir das hier angucke, ja, die laufen eigentlich alle drei relativ konstant gut. Also, da gibt es gar nicht so den Riesenunterschied mit den Perlen. Ob jetzt die grüne besser läuft oder ob da jetzt die fluoreszierende besser läuft. Das scheint beides ganz gut zu funktionieren. Vielleicht kann man das auch einfach so ein bisschen mischen. Ähm, je nachdem. Vielleicht lockt das dann mit dem fluoreszierend vielleicht nochmal besser auch in den Abend- und Morgenstunden. Durchaus möglich, ne? Wenn das dann so ein bisschen leuchtet, dass das dann nochmal ein bisschen was bringt. Jetzt ist natürlich für mich gerade die Frage, bringt das auch eben hier mit diesem Bond, wenn wir hier wirklich nochmal komplett in so grünlich unterwegs sind. Wobei, der hat so ein bisschen was rötlich-orangenes. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Oder ist der zu groß und ich nehme dann vielleicht doch lieber den 70er. Wenn dann da vielleicht direkt noch welche drauf einsteigen. Wäre das ja auch nicht so schlecht. Ich weiß, beim letzten Testen, ich bin ja jetzt nicht so oft am Nordmeer, aber es lief auch zuletzt nochmal richtig gut. Ähm, auf Hering dann allerdings mit dem schwarzen Bond. Und wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Vielleicht triggert der ja nochmal richtig. Oder ich finde nochmal gleich einen ganz weißen. Na. Dass das so eine krasse Auswirkung hat, ne? Ich meine, die Shrimps sind ja eigentlich die gleichen. Aber dass das jetzt hier echt nochmal so eine Auswirkung hat, das ist ja richtig lange Pause jetzt hier im Vergleich. Das ist krass, ey. Das ist krass. Ähm, gerade nochmal eben gleich gucken. Vom Gewicht her. 125. 25 Gramm mehr. Ob das passt. Ziehen wir noch ein Stückchen hoch. Ob ich dann noch einen Zusatz-Lockmittel dran machen kann. Auf die... Auf den Pilker dann. Na, der Rakow macht hier Level 40. Fettes GZ. Mitten in der Nacht, Alten. Noch fleißig. Sehr gut. Ja. Ganz krasser Unterschied. Ähm, einen Test mache ich noch. Aber dass das so einen heftigen Unterschied macht, mit dem Pilker, das ist ja krass. Ähm, ich wechsle hier noch einmal auf einen... Nehmen wir den Einser oder den schwarzen. Ich glaube, ich nehme den schwarzen mal. Ähm, lasse hier auch nochmal den Dreierhaken. Lockmittel. Mache ich einfach mal eine schwarze Perle dran. Und den schwarzen Tralafitti. Und dann nochmal raus damit. Position. Ja. Ne. Ziehe ich sofort wieder ein. Und wir brettern einfach ein Stückchen nach hinten. Rückwärtsgang an. Bisschen einlenken. Und wir kommen doch ziemlich gut hier wieder an. Jawohl. Und Stopp. Und jetzt haben wir ja noch die Zeit bis 12 Uhr mittags. Und um 12 Uhr mittags geht dann die Drift wieder in die andere Richtung. Das heißt, jetzt können wir nochmal da hinfahren. Und dann irgendwann fahren wir wieder zurück automatisch durch die Drift. Perfekt. So. Jetzt hier nochmal gucken. Die Kombination mit diesem... Mit diesem Pilker hier. Mit dem Bond 708. Praktischerweise auch ein 08er. Genau wie die Shrimps. Gucken wir mal. So. Jetzt mal eben hier runter lassen. So. Jetzt ist glaube ich alles wieder... Es steht alles wieder. Und jetzt gehen wir hier wieder rein. Und sofort haben wir den Biss. Und sofort ist er wieder losgelassen. Na. Das passiert. So. Direkt nochmal rein. Die Frage ist einfach, lockt das zusätzlich, ne? Haben wir dadurch noch einen extra Lock-Effekt? Haben wir dadurch nochmal eine Chance, irgendwie was zu kriegen? Ballert vielleicht auch direkt irgendetwas auf den Pilker. Das ist natürlich auch nice. Nehmen wir ja auch gerne mit. Wenn da was direkt den Pilker attackiert, dann ist das ja nicht verkehrt. Erster Kabeljau in dem Ganzen hier. Okay. Wobei eben auch der Devilous vorhin schon fluchend in den Chat kam und meinte, Alden, kleines, feines Setup. Drei Stunden Drill. Auf 36 Kilo Setup für einen 110 Kilo Riesenhai an diesem Spot. Will man auch nicht unbedingt haben. Aber wenn das Ding halt reinballert, was willst du machen, ne? Irgendwann denkt man sich, okay, jetzt hört er vielleicht auf und wird langsam müde. Ja, oder er wird es halt einfach nicht. So. Ist das eine Möglichkeit hier mit einem anderen? Ich glaube nicht. Also Frequenz deutlich geringer als zuvor. Aber das Testen, ich will es trotzdem weiter rumprobieren, ne? Steinkühler ist schon mal wieder da. Ich will es trotzdem weiter rumprobieren, inwieweit das hier oben die Auswirkung hat. Oder das ist ja quasi unten, inwieweit das hier die Auswirkung hat auf das gesamte, ja, auf den gesamten Baum. Das ist halt immer die große Frage. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir gucken nochmal eben kurz rein in den Kescher. Ich habe jetzt hier 50 Fische. Insgesamt jetzt hier eine Stunde und 15. Also ein bisschen drüber. Wie gesagt, auch in der Nacht war eben so gut wie gar nichts los. Also die Nacht war wirklich Flaute. Ich glaube zwei oder drei Fische nur dran gewesen. Und dann ging es tatsächlich erst so gegen 4 Uhr ungefähr wieder los, dass dann da die Nächsten reingegangen sind. Also quasi mit dem Start des Videos ging es gerade erst wieder richtig los. Und vorher war da leider nichts. So, eins ziehen wir hier noch eben raus. Und dann gucken wir mal eben rein. Na, werden wir hier gleich weggerammt. Vielleicht auch nur auf 10 Meter, ne? Ganz flach. Einfach. Doch, da ist noch was. Ey. Auch gar nicht so ganz klein. Ey, ey, ey. Den wollen wir nicht. Okay, wir gucken mal eben rein. Also in der Zeit von einer Stunde und 16 Minuten. 51 Fische mit knapp 700 Silber. Na, das schmeckt doch. 70 Tacken. Also 100 Gramm, 70 oder 700 Gramm gleich 70 Silber. 6 Kilo beim Steinkühler. 50 Silber. Auch das, wie gesagt, schmeckt richtig. Also wir sehen jetzt hier richtig gut Cash. Also das sind alles Fische. Alle hier bei 15, 20 bis 70 Silber. Das ist einfach richtig, richtig krass. Und hier unten, ja, das ist die andere Hälfte ungefähr. Na, ne, ein bisschen weniger. Vielleicht ein Drittel ist unmaßig. Ja, passiert. Aber der Rest hat wirklich ein ganz gutes Gewicht und einen fantastischen Preis. Ist wirklich, wirklich guter Preis. Und ich werde es hier noch den Rest von meinem Boots-Ticket weiter durchtesten, weiter rumprobieren. Jetzt machen wir mal hier den kleinen in grün drauf. Ich teste jetzt hier noch ein bisschen verschiedene Farben und ein bisschen Tralafitti, was man da noch überall dran ändern kann und ausprobieren kann. Irgendwann findet man vielleicht noch etwas, was noch besser funktioniert. Ist das vom Gewicht okay? Ist es. Okay, dann raus damit und weiter testen. Und wenn es dir gefallen hat und geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Nicht vergessen, denn das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube und live auf Twitch. Zur gleichen Zeit, Petri. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.